Ja hallo und willkommen zu einem neuen Stand der Dinge Info-Video. Ich wollte euch nur kurz mitteilen, dass ich mich vom 27. August 2017 bis 31. August 2017 im Urlaub befinde, sprich nicht zu Hause bin, keine Videos vorbereiten, bearbeiten, hochladen kann. Und ja, den 1. September, das ist ein Freitag, den möchte ich mir dann für die Aufnahmen reservieren, so, dass am 2. September, das ist mal schwierig mit dem Microsoft-Kalender hier zu interpretieren mit den ausgeblendeten Zahlen. Ja, am 2. September 2017 geht es regulär weiter mit Rift und darauf hoffe ich, dass ich wirklich täglich ein Grim Dawn Video bringen kann. Gothic ist noch so eine Sache, muss ich auch definitiv mal weitermachen. Aber momentan habe ich auch ehrlich gesagt keine Lust darauf, weswegen ich mich ganz Grim Dawn hingebe. Minecraft, muss ich mal schauen, ist ja auch noch so ein bisschen in der Schwebe. Da will ich jetzt aber keine Zusagen, Versprechungen oder sonst irgendwas machen. Wie gesagt, ich wollte euch nur kurz mitteilen, ich bin im Urlaub und am 2. September 2017 wird es dann regulär weitergehen. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, wünsche euch noch ein schönes restliches Wochenende und sage Tschüss, bis dann.